Meine Herren, Sie werden fortan nicht mehr nur Ärzte und SS-Männer sein, Sie werden Gutachter des Erbgesundheitsgerichtes. Was bedeutet das? Nun, ein Patient, den Sie unfruchtbar gemacht haben und dessen Meldebogen Sie mit einem blauen Minuszeichen versehen, verbleibt in der Anstalt. Wenn wir jedoch hier ein rotes Pluszeichen vorfinden, verstehen wir, dass es sich um unwertes Leben handelt und dieser Patient wird in eine von drei eigens dafür vorgesehenen Anstalten im östlichsten Teil des Reiches verlegt und dort mit seinem sinnlosen Dasein erlöst. Ihr Stift, ihr Schwert.